Servus liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin der Christian von AgroPictures und ich bin hier zu Besuch auf einem großen Landwirtschaftsbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstagabend steigt hier ein großes Live-Event von der Firma Klaas, das auch wir hier auf unserem YouTube-Kanal übertragen dürfen, aber dazu später mehr. Vorher wollen wir jetzt ein paar Maschinen ausprobieren. Die Firma Klaas hat uns einiges mitgebracht und ich würde sagen, wir starten hier mit dem Axion Terra Truck. Ja, wir sind ja schon mitten bei der Arbeit. Neben mir sitzt der Pascal von der Firma Klaas, der ist hier der Spezialist für dieses Gespann. Pascal, der Axion 960, das ist euer Topmodell bei den Standardtraktoren. Erzähl uns da ein bisschen was dazu. Welche Leistungsdaten hat der? Genau, du hast es schon erwähnt. Wir sitzen hier auf dem Axion 960 Terra Truck. Das Topmodell aus der Axion Baureihe mit 445 PS, 1860 Newtonmeter, maximalen Drehmoment. Und ja, wir sind jetzt hier gerade am Drohbahn. Hinter uns lässt sich ein Köckerling Vector mit 8 Meter Arbeitsbreite ziehen. Anständige Arbeitsbreite. Auf jeden Fall. Und die Besonderheit hier sind, Moment, ich muss jetzt schauen, dass ich hier rumkomme. Die Besonderheit sind die Raupenlaufwerke an der Hinterachse. Das kennt man ja bei euch bisher nur, vom Mähdrescher. Und ihr habt euch jetzt entschieden, das auch beim Schlepper einzuführen. Warum? Genau. Die Idee entstand schon vor längerer Zeit. Viel ist es wahrscheinlich bekannt, dass der schon mal auf der Architechnica vorgestellt wurde mit diesem Raupenlaufwerk. Raupenlaufwerk bedeutet für uns einfach Bodenschonung. Und ja, in diesem Segment geht es auch bei 445 PS darum, diese Kraft an den Boden zu bekommen. Na ja, und da macht sich so ein Terra Truck Raupenlaufwerk gut. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das Terra Truck auch am Standardschlepper anbringen. Kann ich damit einen Standardtraktor mit Zwillingsrädern ersetzen? Natürlich ist das möglich. Zwillinge bedeutet immer ein Problem im Bereich Straßentransport. Wir sind hier mit dem Terra Truck Raupenlaufwerk unter drei Meter Transportbreite. Und da ist das wirklich eine gute Alternative. Und auch was die Zugkraft angeht, können wir hier viel leisten. Ja, Zugkraft. Also man merkt das schon. Also da ist Kraft dahinter. Der Grubber, der lässt sich schon ziehen. Aber ich glaube, er bringt die Kraft am Boden. Sicher. Also wir haben hier Schlupfwerte von nahezu null Prozent. Wir ziehen den Grubber jetzt gerade mit 12 kmh hier auf einer Arbeitstiefe von 10 cm circa. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, jetzt kommen wir gleich wieder ans Vorgewende. Muss ich da irgendwas beachten? Oder wie soll ich sagen, macht die Raupe beim Drehen schaden? Oder muss ich da auf Lenkradien achten? Christian, das ist ein guter Punkt. Vielen ist es bekannt, dass Vollraupenschlepper am Vorgewende beim Wendemanöver große Erdhaufen hinterlassen. Das ist hier nicht der Fall. Wir können auch voll einschlagen, ohne dass wir große Erdbewegungen hier machen. Eine Besonderheit ist, dass wir jetzt hier eine sogenannte Lenkunterstützung verbaut haben. Das heißt, wenn wir einschlagen und in die Kurve fahren, wird das Kurveninnere Band abgebremst. So wie es normalerweise beim Differenzial üblich ist, wird das Kurveninnere Band auch nur die Strecke zurücklegen, die es wirklich zurücklegen muss. Dadurch wird einfach weniger Erde dann auch bewegt. Und wie sieht es mit dem Verschleiß von diesen Raupen aus? Muss ich da Angst haben? Oder ist das mehr Verschleiß als beim Rad? Oder muss ich irgendwas beachten, dass der Verschleiß geringer ist? Also mehr Verschleiß als beim Rad haben wir in dem Sinne nicht. Natürlich ist ein Radschlepper immer mehr für die Straße ausgelegt. Hier der Terratrack ist schon eigentlich so, dass Zug fährt auch für den Acker. Er ist aber dadurch, dass er so kompakt gebaut ist, auch gut für den Transport einzusetzen. Ja und das Schöne ist eigentlich, also ich ziehe eine Bahn nach der anderen, aber ich merke eigentlich gar nicht, dass hier drunter eine Raupe ist. Also wir lenken hier über die Vorderräder und auch Fahrkomfort ist anständig, würde ich sagen, oder? Das ist auch wiederum eine Besonderheit des Terratrack-Laufwerks. Hier stecken ja schon über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mähdrescher hinter. Das Ganze ist, wir reden von einem vollgefederten Schlepper oder einem vollgefederten Halbraupenschlepper. Wir fangen vorne an bei einer gefederten Vorderachse, kommen dann zur vierpunkt gefederten Kabine und haben dann hinten das gefederte Terratrack-Laufwerk. Also kommt der an den Radschlepper ran vom Fahrkomfort? Also du sitzt gerade hier drauf, bist am Fahren. Was sagst du dazu? Ja, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber mir fehlt nichts, sage ich mal so. Da fliegt der Jan mit der Drohne. Ich freue mich schon auf die spektakulären Bilder hier. Echt cool. Ja und jetzt kommt aber trotzdem das große Aber, wenn ich die Raupe haben will, die kostet wahrscheinlich mehr als die Radmaschine, oder? Sicherlich kostet dieser Schlepper mit dem Raupen mehr. Es ist aber so, dass wir hier wirklich einfach auch mehr schaffen, dadurch, dass wir mehr Zugkraft an den Boden übertragen und dadurch amortisiert sich das Ganze eigentlich über die Zeit. Also das heißt, jemand, der sich so eine Maschine kauft, auf dessen Betrieb rechnet sich das auch durch die Vorteile dann, oder? Auf jeden Fall. Schau da draußen, da flitzt der David mit der Kamera rum. Der versorgt uns hier dann mit den Fotos hinter den Kulissen und so weiter. Also ich würde es euch empfehlen, schaut es mal auf dem David seiner Instagram-Seite vorbei. Picture by David, ich blende es euch ein. Und ja, lasst ihm mein Abo und ein Like da. Da freut sich der David, das hat er sich verdient. So, jetzt kommen wir hier zum Ende. Ich versuche jetzt noch mal ein ganz enges Wendemanöver. Mal schauen, wie eng die Raupe rumkommt. Gruppe anheben und jetzt voll einschlagen. Das Lenksystem findet die nächste Spur. Tempomat und geht weiter. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich lerne es auch noch. Bist du zufrieden mit mir? Auf jeden Fall. Ich darf es auch ehrlich sagen. Als Vorführfahrer sofort eingestellt. Das freut mich. So, wir sind jetzt hier am Terratrac Laufwerk vom Axion. Pascal, ich sehe hier kleine Räder. Ich sehe hier Zylinder. Wie habt ihr das mit der Federung gelöst? Ja, Christian, du sagst es bereits. Wir sprechen hier von einem voll gefederten Laufwerk. Voll gefedert bedeutet, dass hier diese kleinen Stützrollen gefedert sind, das große Triebrad hinten und auch das kleine Laufrad vorne. Die Zylinder sind zum einen für diesen Federweg von bis zu 12 cm zuständig, aber auch für die Bandspannung. Und in der Neigung kann sich die Raupe auch noch bewegen? Genau. Das Ganze ist pendelnd aufgehangen. Wir haben hier 8 Grad Neigung nach vorne, die wir überbrücken können, sowie 15 Grad nach hinten, die wir auch dann entsprechend überbrücken können. Ja, und du hast mir erzählt, das verbessert nicht nur den Fahrkomfort, das bringt auch letztendlich mehr Traktion, weil die Raupe immer ganz aufliegt, oder? Richtig. Wir haben hier wirklich dann den Vorteil, dass wir immer Kontakt zum Boden haben und entsprechend dadurch permanent die Kraft übertragen können. Nun, was mir außerdem aufgefallen ist, ihr habt vorne ein kleines Rad und hinten ein sehr großes Rad. Woher dieser Unterschied oder wofür ist das? Ja, beim Mähdrescher ist es ja wahrscheinlich bekannt, dass beide Räder gleich groß sind. Hier hinten haben wir ein deutlich größeres Rad. Wir gehen jetzt hier den Weg, dass wir die Kraft über Reibschluss übertragen und hier haben wir jetzt dadurch einfach mehr Fläche zur Verfügung, die wir nutzen können, um die Kraft zu übertragen. Und wofür sind jetzt diese Blöcke da in der Mitte, diese Gummiblöcke, die man sieht? Die Blöcke sind tatsächlich nur dazu da, um das Band hier auf dem Laufwerk zu halten. Dass das sicher läuft. Ja, Pascal, danke. Liebe Zuschauer, wie gefällt euch der Axion Terra Truck? Was haltet ihr von diesem System mit der Halbraupe? Schreibt es uns doch mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr davon denkt. So, wir haben ihn sehnsüchtig erwartet. Jetzt ist er da. Der Lexion 8900. Da hinten fahren gerade die Raupen noch ins Bild. Und die werden jetzt angebaut. Dann hoffen wir, dass wir möglichst schnell in Einsatz gehen können. Also haben wir die Untertitelung des ZDF, 2020 Da vorne hat der Ludger jetzt gerade angefangen, das Vorgewende mit dem Lexion 8900 auszumähen. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt einmal eine Runde mit. So, ich sitze jetzt hier beim Ludger auf dem Mähdrescher auf dem Lexion 8900. Erzähl uns ein bisschen was zu dieser Maschine, bitte. Ja, das ist ja unser größter Hybrid Mähdrescher, den haben wir letztes Jahr vorgestellt. Letztes Jahr liegen wir noch in der Vorserie, dieses Jahr sind wir damit auf Deutschland-Tour. Wir konnten eigentlich jetzt, wir sind seit vier Wochen unterwegs, überall überzeugt mit der Leistung der Maschine, mit der Bedienung. Sehr gut angekommen, Performance. Klasse Maschine. Ja, kannst du die Leistung ein bisschen genauer definieren? Was schaffe ich mit so einer Maschine oder was hast du jetzt so in den letzten Wochen dafür Leistungen realisieren können? Na, da muss ich sagen, von bis. Wir hatten eigentlich bei jeder Vorführung eine Referenzmaschine im Feld, wenn man sich daran orientieren konnte. Wir können schon fast sagen, dass wir bis zu 20 Prozent mehr Leistung gegen unseren alten 780 haben. Wir konnten Durchsätze fahren, in der Spitze hier nur bei 85 Tonnen, sind aber auch schon mal bei 65 hängen gelegt, wenn das Stroh zähle war. Ja, okay, das hängt dann immer von den jeweiligen Bedingungen ab, oder? Genau. Ja, wenn ich dir jetzt so bei der Arbeit zuschaue, wirklich viel machen musst du ja nicht mehr, oder? Der Drescher übernimmt ja schon vieles selbst, oder? Wie ist das jetzt hier bei der Maschine? Ja, wir fahren hier mit GPS-Lenkung, CMOS-Automatik, Kurspilot, die haben eigentlich alles aktiviert. Heißt, der Fahrer, der ist eigentlich mehr Kontrolleur, nicht mehr selber aktiver Fahrer. Wie lange fährst du schon bei Drescher? Ja, ich habe eigentlich die ganze Lexion, oder die ganze Lexion-Lebenszeit, Vorführung gefahren, eigentlich kann man sagen 25, 30 Jahre. Und aus deiner Sicht, was hat sich da in diesen 25, 30 Jahren verändert, wenn du den ersten Lexion mit diesem vergleichst? Was ist gleich geblieben, was ist grundlegend anders geworden? Gleich geblieben ist eigentlich nur unser APS-Hybridsystem, aber die Leistung, die haben wir eigentlich verdoppelt. Wir sind damals angefangen mit dem Lexion 480, das war eigentlich der erste 40 Tonnen Mähdrescher weltweit. Ja, und sind jetzt bei 80 Tonnen rausgekommen. Also in 20 Jahren, aber auch in 25 Jahren, haben wir die Leistung verdoppeln können. Ja, und das Ganze in demselben Maß, Außenbreite, Höhe, ist ja limitiert und ist doch schon eine Kunst, das so hinbekommen zu haben. Wie geht es jetzt noch weiter? Lässt sich das noch toppen, was wir hier fahren? Weil ich gehe davon aus, dass ich nicht in den größten Mähdrescher sitze, den Klaas hier gebaut hat. Da gehst du von aus? Da gehe ich fest von aus. Da sind wir gespannt. Und wie geht es jetzt weiter dann, die nächste Zeit? Also du fährst jetzt am Donnerstag beim Live-Event, fährst du die Maschine auch, oder? Und dann geht es weiter mit Vorführungen. Genau, wir werden Freitagmorgen wieder mit Vorführungen starten. Ich denke, dass wir noch so gut zwei Wochen was machen können. Jetzt kommt das gute Wetter, ich denke, dass wir in zwei Wochen in Deutschland mit der Ernte meist gut sind. Ja, dann sage ich danke für die Ausführung und ich wünsche dir noch auf jeden Fall eine schöne restliche, oder eine erfolgreiche restliche Ernte. Ja, danke schön. Ja, danke schön. So, und jetzt noch was in eigener Sache. Ja, weil Reden und Filmen gleichzeitig nicht gut geht, habe ich Verstärkung mitgebracht. Er grinst schon. Es ist mir eine große Ehre, euch den Jan Aden vorzustellen. Jan ist der Mann, der euch hier mit Drohne und Gimbal mit großartigen Bildern versorgt. Jan, schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du betreibst auch selbst einen YouTube-Kanal, Epic Farming. Was zeigst du den Leuten da? Genau, ich versuche auf meinem Kanal Maschinen, große Maschinen, allgemein Maschinen immer schön optisch, episch darzustellen. Und daher auch mein Name, Epic Farming. Ja, und du hast mir verraten, du wirst aus dem Material, das du hier aufnimmst bei Klaas, auch so einen epischen Trailer zusammenschneiden, den du uns dann am Donnerstagabend nach dem Livestream präsentieren willst. Genau, auf meinem Kanal, Epic Farming. Epic Farming, ihr habt es gehört. Schaut rein, abonniert den Kanal, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Danke Jan, schön, dass du hier bist. Ich danke auch. Ja, die Technik ist das eine, die richtige Einstellung und Anwendung das andere. Damit so ein großer Traktor seine Kraft auch auf den Boden bringt, da muss ich einiges beachten. Und der Kilian von Klaas hat mir erzählt, dass es da jetzt eine Lösung gibt. Genau, wir haben jetzt seit diesem Jahr verfügbar CMOS für Traktor. Man kennt es ja schon von den Märischern, die dialoggeführte Optimierung. Und genau das Gleiche haben wir jetzt auch bei den Treckern, wo wir den Fahrer unterstützen, die richtigen Einstellungen für den Trecker und für das Anbaugerät zu finden. Okay, und der 870 da hinten, der hat das drauf, hast du gesagt? Genau, der hat das drauf. Können wir das ausprobieren, oder? Gerne, klar. Dann gehen wir auf die Maschine, oder? Sehr gut. Okay. Gut, Kilian, wir sitzen jetzt auf dem Axion 870 mit dem CMOS-Optimierungssystem. Da im Display ist das jetzt zu sehen, dieses Startmenü. Würdest du mir jetzt mal diesen Optimierungsvorgang mit mir denn durchgehen? Genau, dafür musst du einfach auf Optimierung klicken und hast dann die Wahl zwischen Leistung und Effizienz zu optimieren. Wir wollen jetzt nach Effizienz optimieren, deswegen wählst du das einfach aus und musst ihm jetzt Schritt für Schritt diese Fragen beantworten, die er dir vorschlägt. Also er gibt dir Vorschläge, die kannst du annehmen oder ablehnen. Und zu Anfang musst du ihm jetzt einmal sagen, ob du gleichmäßige oder ungleichmäßige Bedingungen hast. Es geht hier und da mal ein bisschen auf und ab, aber ich denke, das können wir vernachlässigen und würden deswegen sagen, wir haben gleichmäßige Bedingungen. Okay. So, und jetzt möchte er als ersten Schritt der Optimierung die Differenzialsperre anstellen. Ja. Dafür schaltest du jetzt hier in der Armlehne die Differenzialsperre an. Und siehst dann auch hier unten, dass sie angegangen ist und klickst dann auf Ausgeführt. Okay, das würde jetzt gehen, oder? Ja, genau, das kannst du jetzt schon machen. Und jetzt siehst du diese zwei Balken, die diese Einstellung bewerten. Ja. Einmal der linke Balken in Bezug auf die Flächenleistung pro Zeit und der rechte Balken ist dann der Kraftstoffverbrauch pro Fläche. Und das bezieht sich jetzt wirklich auf den aktuellen Einsatz? Auf den aktuellen Einsatz, genau. Du siehst jetzt offensichtlich, dass es jetzt besser geworden ist, deswegen würdest du die Einstellung jetzt auch als dementsprechend besser bewerten und kannst das dann auswählen. Genau. Im nächsten Schritt möchte er dann die Motorgetriebregelung optimieren. Ja. Dafür kannst du dann wieder den Vorschlag annehmen. Und möchte jetzt, stand sie im Eco-Modus auf 20 Prozent, möchte sie jetzt erstmal auf den Maximalwert 34 anheben. Nehmen wir an. Genau. Jetzt wird der Motor weiter runter. Genau, jetzt merkst du, wie er... Jetzt merkt man es richtig, wie der Motor tiefer runter geht. Dementsprechend geht dann ja der Kraftstoffverbrauch runter, aber auch die Flächenleistung, weil wir jetzt einen halben kmh, kmh langsamer geworden sind. Und jetzt fahren wir noch 10 kmh ziemlich genau. Genau. Jetzt, wir wollen ja nach Effizienz optimieren und du siehst jetzt der Balken, er wird besser. Ja. Deswegen würdest du sagen, wieder, jo, ist es besser geworden. Im nächsten Schritt möchte er sie jetzt nochmal wieder 2 Prozent senken. Dafür kannst du auch wieder den Vorschlag annehmen. So, und da sehen wir jetzt ja, die Flächenleistung stieg wieder ein bisschen. Und du siehst jetzt auch in diesem Moment, wie er arbeitet. Wir sehen jetzt wieder auf der geraden Fläche eigentlich, dass die Flächenleistung steigt, Kraftstoffverbrauch ist auch ein bisschen gestiegen. Deshalb müsstest du jetzt für dich entscheiden, wie du diese Einstellung wieder bewertest. In diesem Fall würde ich noch wieder sagen, es ist besser geworden, weil die Flächenleistung ja auch steigt. Genau. So, jetzt möchte er sie nochmal wieder 2 Prozent senken. Das geht jetzt wirklich so ziemlich ins Detail, oder? Genau, ja. Musst du dann je nachdem nachher mal gucken, wie weit du das dann nutzt. Genau, jetzt siehst du halt diese Veränderung wieder. So, jetzt steigt die Flächenleistung wieder an, Kraftstoffverbrauch geht auch runter. Also würden wir es bewerten? Genau. Ich möchte jetzt nochmal wieder um 2 Prozent. Okay, jetzt spielt er sich wirklich mit. Ja. Jetzt geht es wieder bergauf. Aber jetzt erreichen wir auch irgendwann diesen Punkt, wo... Da geht es dann hin und her, oder? Und das hängt dann wahrscheinlich auch mit der Fläche zusammen, oder? Genau, es hängt mit der Fläche zusammen. Aber irgendwo haben wir halt diesen Punkt erreicht, der für diese Bedingungen optimal ist. Und wo er sich auch, wenn die Fläche jetzt absolut gleich wäre, oder homogen wäre, dass dann die Einstellungen auch schlechter werden würden. Ja, danke Kilian für die Erklärung. Gerne. Liebe Zuschauer, was haltet ihr von so einem Optimierungssystem? Glaubt ihr, dass ihr das besser könnt, oder dass die Technik das besser kann? Schreibt eure Meinung mal unten in die Kommentare, uns wird das interessieren. Ja, bei so vielen tollen Eindrücken vergeht die Zeit wie im Flug. Die Bilder, die ihr jetzt gesehen habt, die sind keine 24 Stunden alt. Wir haben gestern den ganzen Tag gedreht und die halbe Nacht durchgeschnitten, damit wir euch diesen Bericht so exklusiv präsentieren können. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Alle Maschinen, die wir jetzt probiert haben, die seht ihr dann auch am Donnerstagabend im Livestream der Firma Klaas, den wir auch hier auf meinem YouTube-Kanal übertragen dürfen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn möglichst viele von euch dabei sind. Beweisen wir zusammen den Klaas Leuten, wie stark unsere Community ist. Ja, und zur Einstimmung zeigen wir euch jetzt noch ein paar schöne Bilder, die wir gestern gedreht haben, heute gedreht haben. Genießt ihr es. Ich gehe mit meinen Leuten jetzt auf ein Bier. Bleibt gesund. Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.